Frohe Weihnachten, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zur Craft-Attack-Weihnachts-Folge. Ihr seht schon hier, es ist der 24., das sieht man an den Kisten, das ist immer so das Mojang-Easter-Egg, das sind die Kisten, so in dieser Weihnachts-Dingsbums, ne. Und ja, heute ist Weihnachten, und ja, ich erzähle heute ein bisschen, wie ich Weihnachten heute feiern werde. Corona-Nachten ist es nämlich so ein bisschen, da ist alles ein bisschen anders. Und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr Weihnachten feiert, ich möchte dazu jetzt allerdings mal ein bisschen Weihnachtsmusik anmachen, warte mal, ich hab da nämlich so eine Playlist gefunden, Achtung, ist das, ja, so, so, ich hoffe, es ist nicht zu laut, so. Das passt so richtig zum Feeling, und, oh, da fliegt eine Biene, ja gut. Gut, also, Weihnachten feiere ich heute so, nur mit meinen Eltern, meiner Freundin und meiner Schwester, meine Großeltern nicht. Die besuche ich am Nachmittag mit Maske, auf Abstand, aber dass sie wenigstens mich sehen, an Heiligabend, sage ich jetzt mal, dass man das irgendwie so hinkriegt, aber dass man alle Maßnahmen irgendwie einhält. Also, ja, so ist es halt leider jetzt dieses Jahr, ist einfach, muss man so sagen, ist einfach Kacke. Ist einfach Kacke dieses Jahr, aber wir müssen das Beste draus machen, alle. Wir müssen alle das Beste draus machen, ja. Und wir werden, äh, wir werden was kochen, was zu essen kochen. Ich weiß allerdings nicht mehr was. Ich glaube, es war irgendwie Hühnchenfilet-Stückchen und irgendwie noch so ein paar andere Sachen. Scheiße, ich weiß nicht mehr, was es heute gibt. Aber ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was es bei euch gibt. Ich möchte jetzt übrigens hier in Craft Attack erstens mein Geschenk abholen, weil es gibt tatsächlich ein Geschenk für mich. Und ich möchte ein Geschenk für alle machen, aber... Jetzt warten wir mal kurz, bis das Netter-Portal aufhört rumzuschreien. Ich möchte für alle so ein Geschenk machen. Allerdings nicht jedem Einzelnen was hinstellen, sondern habe ich mir was Besonderes überlegt. Das werdet ihr dann, werdet ihr gleich sehen. Aber zuerst werde ich jetzt erstmal mein Geschenk holen. Gut. So. Wir haben hier unter diesem Tannenbaum von IOSA haben wir tatsächlich hier Geschenke für jeden aktiven Craft Attack-Teilnehmer. Das Problem ist allerdings, IOSA hat mich falsch geschrieben. Als ich das gesehen habe, dachte ich so, Alter, IOSA, Digga, das kannst du doch nicht machen, Mann. Und dann ein kleines B, 2A. Und der Rest ist richtig. Egal. Macht nichts. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch frohe Weihnachten, lieber Janus. Dankeschön, dass du da auch an mich gedacht hast. Ich werde es jetzt mal öffnen und... Nice. Äpfel. Diamanten. Kuchen. 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 Emerald Blöcke. Eine Pickaxe. Die ist nicht schlecht. Und Cookies. Ähm. Das brauchen wir mal nicht. Das legen wir mal wieder da rein. So. Dankeschön, Janus, für dein außerordentlich schönes Geschenk. Das freut mich sehr. Vielen lieben Dank, dass du an Weihnachten so auch an mich gedacht hast. Und jetzt kommen wir zu dem Geschenk von mir. Haha. Ne. Ich will alle beschenken. Aber nicht auf diese Art und Weise. Sondern ich möchte einen Weihnachtsrabatt machen. Da steht jetzt Preis 6 Diamanten. Ich mache jetzt hier ein Schild hin. Und mache hier, ähm, Weihnachtsrabatt 50%. Das heißt, es kostet ein Ancient Debris nur 3 Diamanten. Also da kann man nichts sagen, ne. Kann man nichts sagen. Es kostet sonst 6 Diamanten. Und ich mache zu Weihnachten 50% Rabatt, Alter. Also. Hm. Das gilt bis zum. Oh, warte. Das sollte ich vielleicht noch bearbeiten. Bis zum 26.12. Ne, warte mal. Äh. 26.12.2020. Ja. Die Weihnachtsfeiertage. Also. Also. Morgen. Und übermorgen. Kann man da noch zuschlagen. Für 3 Diamanten. Anstatt für 6 Diamanten. Und ich finde. Das ist für die. Für die Craft Attack Teilnehmer. Auch ein. Weihnachtsgeschenk. Dieser. Diese Reduzierung. Ne. Würde ich jetzt mal sagen. So. Phantom. Phantom. Komm mal her. Ich würde sagen Leute. Das war jetzt die kurze Weihnachts-Special-Folge. Ich hoffe. Äh. Ihr lasst mir ein Like da. Und wenn ihr neu seid. Und mich noch nicht abonniert habt. Ein Abo. Ihr könnt auch gerne. Wenn ihr nicht genug von mir bekommt. Auch gerne auf meinem zweiten Kanal vorbeischauen. Da lade ich nämlich immer andere Spiele hoch. Oh. Da. Cast Draft da. Guck mal. Huch. Moin. Ja. Darf man nicht? Mach mein jetzt auf. Ja. Let's go. Öffne. Casti. Ey ja. Mein Zweitkanal. Leute. Mein Zweitkanal. Basti Bock. Ich verlinke ihn in der Endcard. Da läuft gerade aktuell The Long Dark. Da könnt ihr gerne reinklotzen. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.